Hallo zusammen, ich bin hier mit dem Nico zusammen und der Nico möchte einmal Hypnose erleben. Ich zeige euch jetzt einmal eine Hypnose-Technik, die ich anwende bei ihm. Wir müssen einfach nur auf seinen Arm aufpassen, aber das ist kein Problem. Das machen wir auch. Nico, pass auf. Konzentrize jetzt noch meine Hand. Kannst du zu näher kommen? Abschließ deine Augen tief und fest. Du wirst gleich spüren, wie so ein Faden dich zurückzieht und in einem tiefen Blutzustand fällt. So, einmal vor. Dadurch, dass er jetzt so umgefallen ist, ist das schon eine ganz riesige Hypnose. Dein Kopf kommt damit gerade nicht klar und er ist komplett weg. Dass er komplett weg ist, zeige ich euch jetzt auch einmal an seinem Auge. Wenn du jetzt deine Augen wieder hochziehen, dann seht ihr, er ist sozusagen wie in einem Zombie-Modus. Wenn ich jetzt mit meinem Finger noch einmal schnipse, kannst du nur deine Augen öffnen. Und ansonsten kannst du nicht aufstehen, der Bonus, ich mag mich an. Jetzt. Komm mit der Kamera vor. Was ist los? Keine Tauschen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Guckier's mal an. Da ist gerade einfach weg. Das heißt, wenn ich meinen Finger in Richtung seinem Spielen, dann fällt er wieder in die tiefe Hypnose. Achtung. Und jetzt zeige ich euch wieder seine Augen. Komm mal so richtig nah ran. Seht ihr? Der ist einfach komplett weg. 基ink. Klopp. Bis dann drei Mal. Bis dann. Bis dann.